ach guten morgen oderseits ok guten morgen deshalb wir haben heiligabend 24 12 2014 fünf minuten vor acht ich habe jetzt feierabend und ich kam auf eine idee ich mache meine taggingrunde meine erste übrigens kaffee trinken also ich habe auf eine idee der taggingrunde zu machen zum thema gier verschenken oder bekommen also gier im sinne von ja hier so mit diesen taschen vielleicht messer oder sowas egal ob ihr das bekommen habt oder ob er es verschenkt habt das würde mich mal interessieren ich zeige euch mal ganz kurz was ich dieses jahr verschenkt dass ein zusatz geschenke außer dass hier das ist für meine frau das hat sie sich gewünscht außerdem dem weihnachtsgeschenk diese lego eisenbahn der ic ist das kriegt der kleinste der wird jetzt sechs oder ist sechs richter von mir weil er seinen bruder gerne beim zeitungsaustragen begleitet diese stirnlampe finde ich ganz wichtig weil was geht ja nicht um sehen sollen auch gesehen werden dann kriegt der älteste meiner frau 17 von mir das maxpedition mikro mit einem renger taschenmesser ich habe im letztes oder vorletztes jahr schon ein opel outdoor geschenkt und ich meine das wenger macht sich doch hier richtig schön drin oder dann kriegt meine frau und das sind die geschenke dieses jahr für sie maxpedition fatty hat sie sich gewünscht weil ihr edc pouch ist ja langsam zu unübersichtlichen kriegt sie das hier dann hat er sie sich mal von mir gewünscht oder hat sie mal mich darauf hingewiesen komm mal hier wie schön ein opel mit lila griffschalen was ist opel nummer 7 lederfangreben und ja was gerade noch so und ist ein schönes modell ist auch inox wie man sehen kann dann war sie ich hätte ja gerne mit mir im lkw samstags hat sie mal entdeckt dass ich den wenger nail clip ab und ja ich habe mir das so im kopf behalten wie sehr fixiert sich auf dieses ding hatte und hat das den ganzen tag benutzt von euch wieder gut auf sie den wenger nail clip so meine dann meine kleine geschichte zum thema hier und messer verschenken oder bekommen es muss nicht unbedingt sein dass ihr mir zeigt was ihr verschenkt habt weil es ja schon rum wir können es auch gerne erzählen und wenn er was geschenkt bekommen hat mit mit ihr messer irgendwelchen sachen die auch outdoor benutzen kann dann zeigt mir bitte und ich denke drei leute und das ist der schnorris 58 ich hoffe christoph du machst mit den ralf ralfson ralfi und nummer drei den max günther so 343 zeigt mir oder erzählt mir was ihr dieses jahr verschenkt habt und was ihr geschenkt bekommen habt an hier danke fürs zuschauen und ich wünsche euch noch ein schönes rest weihnachtsfest erst nicht so viel sonst kneift die hose also macht's gut euer arthur tschüss ach quatsch mal idiot tschö